und damit hallo und herzlich willkommen meine lieben reto freunde hier bei eurem reto julie und mal wieder zu einem neuen part von mario party wie immer bei koop an meiner seite die susi die noch ein bisschen funk ist aber ich musste mal wieder content und ports bringen von mario party deswegen habe ich es überredet und mal eben dann port machen mit bisschen so wir haben schon mal alles ausgewählt ich habe natürlich wieder wario da ich das zweite mal verteidigt habe das letzte mal war ja total verrückt die letzte runde habt ihr ja gesehen und ja ich hoffe vielleicht schafft susi ja diesmal mal zu gewinnen so also ich habe mario susi hat luigi das ja luigi's spielbrett ist und jetzt kommen wir mal joshi und decay denn diesmal kommt luigi's maschinenraum dran hat eine schwierigkeit von drei sternen also bisher das schwierigste von den brettern und 20 runden wie immer und ja bin ich mal gespannt für wenn es diesmal gut ausgeht ich hoffe endlich mal für dich irgendwann gut dann fahren wir an und los luigi's engine room das ist der maschinenraum die maschine in der mitte hat nicht genug energie und funktioniert nicht wir müssen eine energiequelle suchen die und sie wieder in gang setzen was wird passiert wenn sie läuft nehmt euch für den feitschen erfinder bau so nachdem es macht ihm freude aner das leben schwer zu machen und dann lasst uns mal die stadt reinvergustimmen die zulcher die zulcher die zulcher die zulcher so dass ich dort ein verheirat ich habe noch nie schankte denn münzen bitte Auf dem Platz werde ich los! Lasst mich euch zeigen wo der erste Stern zufrieden ist! Das ist ein Feld! Bitte schön, los! So, wow, jetzt müssen wir die... Oh, gleich mal eine 8, 9, 10 Worte! Das ist doch ein super Start! Ah, jetzt stehe ich zwar zwei Wege... 1, 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 7, 8... Ich würde aber nach oben gehen, wo ist er denn? Da? Aha Links? Was könnte aber passen, 1? Suspekt! Die komischen Grenzen wechseln nach jeder Runde, oder? Ich glaube, ja! da ja ich glaube das wird nachher um müde sein könnte schon da die erst so erste mini spiel wind könnte könnte schon den stamm abgreifen was er denn wechselt der jetzt mini spiel wind könnte schon mit dem vorteil mit 10 aber das schnick kommt wirklich zu weit zeile aber wieder ändert das jetzt nicht so das erste mini spiel ist schon entschuldigt wichtig denn da könnte dann 20 minzen kregen pils durcheinander was mit dem plattformen ja hallo ja ja so oh ich glaube der letzte abfluch gemacht das ich glaube das hast du auch mit luigi ich glaube das hast du auch mit luigi ich glaube das hast du auch mit luigi du hast du wohl die beiden seien nach draußen machst du rot 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 am Anfang geht das ja mal oder ok nein das ist wie heute ein rohno schubmann doch scheiße ich hab meinen straff hat er gemacht oh joshi ist weg und du und die k nee doch ja ich musste so dass er dich in den Kopf bringt aber dass bringt mir jetzt leider nicht viel Nur dir, wenn du zutuchst. Du brauchst mindestens mit 1... Ja, wohl, ist sie lang. Trinken wir ja, kann ich auch noch da. 1, der holen kann, ist du. Und das bist du. Ja. Ist da wo die Kälte ist, ja? 2, 3, 4, 5 brauchst du. Oh oh. Mindestens mehr als 2. Nein. Wenn du wechselst, ja. Oh. Du kommst ja, wo du grenzt hast. Eigentlich kann der... Nein, nein. Eigentlich kann der keiner mehr nehmen. Nein. Wird die Kälte auch noch recht ziehen? Und Yoshi kommt ja nach dir drin. Ach so. Ja. Ah ja, ist ein Stern jetzt sicher. Es sei denn, das ist ein Spiel, wo wir es nicht verlieren können. Nein. Naja, nicht. Obwohl... Schatz-Torkel. Schatz-Torkel. Was war mit den Hain, ja. Ja, du kannst ja im Moment nicht gewinnen, ja. Du kannst ja den Genovulieren. Also... Ich bin jetzt schon mal ein Stern safe. Also im letzten... Also der... Der letzte Part der du... Der letzte Runde war schon mal legendär also. Die.. Die Runde werd ich nie vergessen da. Wo du im letzten... In der letzten Runde nochmal... Ehh... nochmal 2 Sterne probierst. Das war wirklich krass. Mein Heifer, piss dich! Komm, wo noch einen? Piss dich! Ab! Ah, wiff. Du hast schon über den Meister-Mikrofon. Genau. Ah, fängt gut an. Was sei denn, ich komme zu oben. Ich bin gefangen. Du kannst auch nicht vorhin machen, wenn ich das wechseln würde. Nee. Trinkt mir ja nichts. Nö. Ich bin ja dahinter. Ja. Würdest du jetzt noch Hosen nehmen? Danke. Ja. Ah, jetzt hast du das. Was ist denn, wenn? Was? Wenn dich kein zum Warp-Ding hätte. Ah, doch nicht, also. Hast du ihn jetzt sicher. Hier. Ein Spielerspiel. Wannst du noch mal sehen? Nee. Witzenspieler. So, drühen kriegen. Schau mal, den Kaffee erstmal. Bitte genießen. Was ist denn? Nix. Boah. Kaffee ist wirklich gut. Ey, drei, die Mutter. Ja. Kaffee macht dumm. Nee. Boah. Kaffee ist gut. Was warst du? Hm? Du musst geh oder was? Du wirst munter werden. Ja. Ja. Mach ich meinen Umfahrer. Wer ist Kaffee trinker? Ja. Ich bin nicht. 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 Oh, du bist ja. Was? Du nicht. Die Leute, die schauen. Ach so. Ja. Was rauchen? C. Warte mal, dein Stern. Ja, war süß. Hm. 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 Ich bin ja schon mal wieder an für dich. Aber es ist ja so oft, es wird angefangen für dich. Wie ihr letztes Spiel mit die Dongekon. Da hat sie euch drei Sterne vorsprungen dann. Ich muss wirklich bis zur letzten Woche warten. Also jetzt. Eins. Eins. Zwei. Zwei. Fünf. Als ob du gleich den nächsten holen kannst. Ne, noch nicht. Ne, kannst du nicht. Jetzt probierst du einfach die Münzen. Warte, dann wo. Aber wer bautet sich da jetzt ein 3-2 auf jeden schlafen kriegt? Ich gehe in, oder? Ja, verlierst du auch 20. So, du Aufschraube. Das wäre jetzt perfekt, Junge. Jetzt 3-2 kriegt er das. Fertig bekommen! Ja, klar. Schau. Wolltest du nicht übertreiben, oder? Doch, übertreibe ich ja, wie süß. Das ist ja fies, wir sind ja alle da vorbei, ein Bowser. Wenn du 20 verlierst, dann ist es ja schon... 40 Minis in Armee, wenn wir deine Chance kriegen. Super. So ist das Ding für mich? Ich verstehe ja auch, wenn er Minispielwind kriegt, dann hoch nicht. Fasenbleiben. Ach, Doro, Fasenbleiben. Fasenbleiben! Was ist das? Tschüss. So, ich sehe immer Schlüsse, oder? Ich renne einfach durch. Wie blockt ihr eigentlich noch? Ich renne einfach durch, oder? Hier! Geht schon! Ich hab schon! Ich hab schon! So, wie wirst du das vor ganz eigentlich alleine schaffen? Warum bricht nur das nicht alles? Es sind nur 10 Winden. Ah. Viele verteidigen auf dem Thron gesehen. Ja. Das wäre das dritte Mal, dass ich denn gewinnen würde, sag ich mal. Das hab ich, glaube ich, noch nie geschafft. Zwei Mal ja, aber drei. Das ist ja Jubiläum. Ein, zwei, drei Wochen. Tschüss. Ja. Okay. Ich brauche 15 Münzen, wenn ich das planen. Aber die Game muss auch passen. Nee, herzlich. 40, ne? Hä? Da wird aber Münzenklaven von mir. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Oder von dir war der Erste bist. Na, mach mal. Hm, Dachbauch. Ja, vier Stück. Wo kommst du jetzt raus? Na, anfangen wir doch. Nee. Ich glaube, da oben ist, oder? Jetzt kommt's auch rot. Ah, jetzt war ein Team-Spiel. Wenn Yoshi jetzt noch Platz kommt. Ja, jetzt wird Yoshi auch noch Münzenklaven von mir. Nee, von den einen müssen wir von den Kegeln. Möschi, was machst du da? Nee, von dir. Ja. Mehr als Mün. Mehr als... 5, 6. Das kostet am Anfang gar nicht. Woh? Mein Stück war's, glaube ich. Was? Für Nummer 10? Woh, da kann man wohl auch welche sammeln. Um zum Studieren zu kommen. Oh, jetzt wird zwei. Woh. 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 Ich hab vergessen. Dann haben wir uns mal Safestate machen. Ich hab's noch vergessen. Und die Hilfe haben wir noch nicht. Man kennt's ja. Was? Woh. 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 Was machst du? Yeah, Junge. Überpass, Junge. Yeah. Perfekte Team. Woh. 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 Wie Privats. Das perfekte Team. Woh. Woh. Tendron. Oh, Safe State die Setzt. Weg nach unten rein. Mann, die nicht auf 9 mehr haben können. Und wenn ich kriege, dann weiß ich, wie viel zu wenig. Nein, 10 Stück. Jetzt habe ich über 50. Alter, mach das schon bald. Haha. Und sonst wird mal wieder gemeckert hier. Unsere Psycho-Nachbarn. Hahaha. Die Kopfkraft, Alter. Wenn du wohl nimmst. Haha. Ah, nur 3, er sieht ja noch. Ja. 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 Ja.